Bei uns im Lager ist Teamarbeit gefragt und ich werde euch mal zeigen, wie die Warenausgabe funktioniert. Bei uns wird nach dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet. Nachdem die Ware kommissioniert wurde, wird sie von einem weiteren Kollegen kontrolliert. Ich arbeite sehr gerne bei MedNet, weil hier das Team zusammenhält und man nicht nur eine Nummer ist. Genau und wenn ihr mehr über eine Ausbildung bei MedNet erfahren wollt, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht einfach unsere Karriereseite auf mednet-euro.com. Kommt zu uns ins Team!